Oh mein Gott Leute, was ist das für ein geiler Skin und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Ihr habt es schon im Hintergrund gesehen, wir haben einen richtig geilen neuen Skin drin. Generell gefällt mir dieses neue Set mit drei neuen Items richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal damit an, ich würde euch ja hier gar nicht warten lassen. Nämlich haben wir einen neuen Skin drin, er heißt Verge und kostet nur 800 Fiberix und das finde ich ist ein heftig guter Preis. Für diesen Skin gefällt mir richtig gut. Das Outfit schaut ziemlich cool aus, sowohl die Kleidung als auch die Frisur und diese Maske, die er aufhat, wie so eine Skibrille. Neuzeitsöldner heißt das Set, also wahrscheinlich so eine Art Soldat und ja, der schaut schon mal ziemlich heftig aus. Dazu gibt es auch noch eine ziemlich nice neue Hackel, nämlich der saubere Schnitt für nur 500 Fiberix. Dazu auch noch ein cooler Sound und als letztes im Set haben wir noch die Divergenz für 800 Fiberix und auch der Gleiter schaut heftig aus. Also Leute, what the fuck, hier diese lilanen Flammen. Mir persönlich gefällt der Skin auf jeden Fall richtig, richtig gut und ich werde diesen Skin, beziehungsweise sogar das gesamte Set, auch wieder heute an euch verlosen. Das heißt also, ihr könnt heute den Skin und auch noch die beiden anderen Items hier komplett kostenlos bekommen. Alles was ihr tun müsst, wenn ihr heute diesen Verge-Skin haben wollt, plus auch noch die Hackelengleiter, dann ist das einfach nur kurz in den Frontnet-Shop zu gehen und mich als Creator einzutragen. Also einfach nur in das Feld bei Unterstützer und Creator hier Snox reinzuschreiben, Snox wie mein Kanal und ein kleines Gernsende dran Snoxi hier eintragen, dann auf allen klicken und auf den neuen Verge-Skin gehen. Und dann seht ihr schon hier unten mit diesem Kauf unterstützt Snoxi und davon einfach ein Foto machen, wie ihr hier beim Verge-Skin das drin zu stehen habt. Einfach, ja, mit eurem Handy schnell ein Foto davon knipsen und mir das auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snox, einfach als private Nachricht zum Beispiel schicken oder genau, mich auf ein Foto markieren. Das geht auch. Alle Leute, die das machen, nehmen halt teil, ihr könnt mir das auch gerne per E-Mail senden, die E-Mail-Adresse ist auch in der Beschreibung oder auch auf Twitter schicken. Genau, alle Leute, die mir dann bis heute Abend ein Foto da geschickt haben, wie hier Snoxi bei ihnen im Frontnet-Shop drinsteht, beim Verge-Skin, die können das gesamte Set heute gewinnen. Ich werde auch wieder jetzt hier krasse Gewinnspiele raushauen, ja, die ich ja natürlich durch den Creator finanziere. Also wenn ihr weiterhin immer so krasse Gewinnspiele sehen wollt, tagt mich, wie gesagt, gerne als Creator ein, schickt mir ein Foto davon und dann könnt ihr das Set heute komplett kostenlos gewinnen. Außerdem waren ja eh wieder die 14 Tage vorbei, heißt also bei ganz vielen Leuten hat sich das zurückgesetzt. Also ja, geht unbedingt mal in den Frontnet-Shop nachher und tragt dort gerne das Snoxi wieder ein und ja, dann habt ihr halt die Chance, heute das gesamte neue Set zu gewinnen. Ich würde es auf jeden Fall machen, ist ein richtig heftiger neuer Skin. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den so findet. Und da kommen wir schon zum nächsten Slot und zwar haben wir da den Abstrakt-Skin drin. Für 1.500 V-Bucks, ich meine, was ist das für ein Preis, das steht der Skin, ist nicht halb so heftig in meinen Augen und kostet halt fast das Doppelte. Klar, man hat noch ein Backpack dazu, aber auch den finde ich jetzt persönlich nicht ganz so krass. Ich würde sagen, heute sollte man sich auf jeden Fall den Wershkin holen, richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann haben wir noch dazu den Roller, den Graffiti-Roller für 1.200 V-Bucks. Den finde ich eigentlich ziemlich nice. Haben sowohl von der Form her, also schön dünn, schlägt sich gut und hat einen coolen Sound. Und auch noch so ein paar Tickle-Effekte. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Das ist eine gute Hacke, die zwar ein bisschen teurer ist, aber dafür auch ziemlich cool aussieht und ein bisschen, ja, ein bisschen special ist. Da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Leute, wenn es euch überhaupt gefällt hier, lasst mir gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, danke für den ganzen Support hier immer auch wieder auf die Videos. Es ist heftig, wie viele Likes ihr hier immer raushaut auf die Shop-Videos. Deswegen ja, vielen, vielen Dank da an jeden Einzelnen. Und im ersten Slot der rechten Seite haben wir dann erstmal den Toxischen Trooper für 1500 V-Bucks. Ähm, gar nicht meinen Skin kann ich nicht empfehlen. Sowohl den Backpack als auch den Skin finde ich irgendwie extrem hässlich. Ähm, würde ich persönlich also eher nicht empfehlen. Dann haben wir noch die Imperium-Sacke für 800 V-Bucks drin. Gehen wir mal kurz ein Sound-Up. Noch die Pfadfinderin für 800 V-Bucks. Ja, ist okay, aber ich glaube, da würde ich mir heute eher den neuen Skin holen. Dann haben wir noch die Harte Schale drin für ebenfalls 800 V-Bucks. Relativ schlichter Gleiter mit diesem Schildkrötenmuster. Dann noch den Baltrix-Emote für 500 V-Bucks. Und als letztes haben wir noch den Emote Fingerpistolen für 200 V-Bucks. Auch ganz guter Preis. Und, juh, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ich werde mir jetzt noch schnell die Skins kaufen, damit ich sie euch zeigen kann. Oh nein, ich muss mir jetzt die V-Bucks holen. Ich schnipse einfach mal kurz und dann habe ich genug V-Bucks. Und dann gehen wir einfach kurz in den Item-Shop und holen uns mal schnell hier die neuen Skins, dass ich sie euch auch zeigen kann. Ich kann sie auch so sehr empfehlen, wie gesagt, richtig heftige neue Items. Also, zack. Und dann springe ich jetzt auch mal direkt in-game, um euch die neuen Items zu zeigen. Und, ja, wenn euch der Shop schon mal generell gefallen hat, Leute, lasst mir gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu hier auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren, um hier keine Skins mehr zu verpassen. Ich lade das jeden Tag hoch. Also, wenn ihr Bock habt, hier jeden Tag die neuen Skins zu sehen und auch von mir immer so ein bisschen die Meinung dazu zu hören, dann, ja, lasst gerne ein Abo da. Einfach kurz unter der Scrollen und auf Abonnenten klicken. Würde mich sehr, sehr freuen und, ja, supporte mich auf jeden Fall. Und das ist der neue Skin. Schaut richtig nice aus. Alter, der gefällt mir gut. Der gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr nice. Mal gucken, wie der Gleiter ausschaut. Der sah auch ziemlich heftig aus. Generell, finde ich, ist ein ziemlich guter Preis für das gesamte Set. Also, auch die anderen Items nicht. Nur der Skin ist extrem preiswert. Oh, das sieht natürlich auch ziemlich geil aus mit den Partikel-Effekten. So, schauen wir uns das mal an. Boah, ja, schaut schon cool aus. Das schaut schon nice aus. Ja, sehr, sehr cooler Skin. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie euch der neue Skin so gefällt. Ja, kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Da sehen wir nochmal den neuen Gleiter. Okay, schaut nicht so lila, nicht so pink aus wie im Shop. Trotzdem aber auf jeden Fall ein richtig geiler neuer Gleiter. Beziehungsweise ein ziemlich geiles neues Set. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Und wie gesagt, Leute, nehmt unbedingt auch am Gewinnspiel teil. Dann könnt ihr hier den neuen Skin und das gesamte neue Set gewinnen. Wenn ihr das also komplett kostlos haben wollt, das neue Set, könnt ihr dann einfach nur kurz Snoxy hier als Creator eintragen. Snoxy, mein Kanal. Und dann glänzt ihr das Ende dran. Ich blende es euch hier auch nochmal ein, wie ihr das schreiben müsst. Einfach nur hier das eintragen und dann hier ein Foto davon machen, wie das Snoxy bei dem World Skin drinsteht. Und dann mir das auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snoxy, also wieder ohne I. Oder halt auf Twitter oder per E-Mail. Und ja, dann könnt ihr heute, wenn ihr das bis heute Abend mir eingesendet habt, den Skin und auch die beiden anderen allerdings gewinnen. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Habt alle noch einen entspannten Tag. Wir hören uns dann morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dahin, macht es gut und hat rein. Tschüss.